Aber der Teufel war gar nicht hinter mir her. Er stand plötzlich vor mir. Wie aus dem Boden gewachsen stand er da. Ich stieg in die Bremsen und wäre fast über den Lenker geschossen. Und der Teufel sah aus wie unser Verwalter. Mit den schweren Jagdstiefeln und der grünen Kniebundhose die Hände in die Hüften gestemmt, sah er mich mit Zornfischaugen an. Sein Gesicht war ganz rot und die Ader an seiner Stirn angeschwollen und dann brüllte er los, was mir wohl einfiele, dass hier sei ein Parkweg für Spaziergänger und keine Rennstrecke für Halbwüchsige. Ich weiß noch genau, dass er Halbwüchsige sagte und ich weiß auch, dass ich grinsen musste. Der Verwalter schnappte nach Luft. Zum Donnerwetter auch noch frech grinsen. Das ist doch wohl die Höhe, brüllte er. Aber kein Wunder, wenn die Mutter anderweitig beschäftigt ist und sich nicht kümmert. Du kannst deiner Mutter bestellen, dass sie von mir hören wird. Und zwar schriftlich. Der auch noch, dachte ich. Es gibt Tage, da kriegt man kein Bein an die Erde, hatte mein Vater immer gesagt. Das war zu der Zeit gewesen, als er mir von den Bakaluten erzählte. Ich erinnere mich, dass er mich auf den Schoß nahm und wir lange aus dem Fenster guckten. Und ich fragte, Papa, was sind eigentlich Bakaluten? Und er hatte gesäufzt und gesagt, das sind ganz seltsame Leute. Die machen immer alles nach, was einer von ihnen vormacht. Das ist wirklich mazeft.